willkommen zurück zur fünften folge von half life wir waren genau hier sind gerade geflüchtet von einem helikopter und jetzt geht es weiter wir haben nur noch sieben schuss vielleicht ist da hier was drin ja da war was drin gut was ist hier schätze ganz viel heilung und naja ich gehe darauf ist einfach mal nicht ein es sieht aus so aus wie so ein naja eine art leiche eine verkugelte ja so wollen mir natürlich nicht enden dass wir dieses viecher sind alle tot hier sind noch mehr bei wir haben noch ein schuss nehmen wir mal das hier und mit dem einen schuss möchte ich das hier auch mal aktivieren munition verbraucht das war nicht der plan munition verbraucht ist nicht gut und ich dachte da wäre mehr muni da unten aber nein ich nehme mal diesen weg nein ach lasst mich doch in ruhe mal gucken wo der weg hier hinführt ich hoffe doch nicht mehr sein ja genau das habe ich nicht gehofft dass wir zum ausgang führt nach lässt du mich jetzt dadurch lässt du mich jetzt da mal durch ich bin hier sind gekommen oder auch nicht was weiß ich denn schon wovon wir gekommen sind da war es ja der helikopter steht okay ich glaube da waren wir auch schon ja die dinge nerven gut ging es ja hier noch hin hier geht es überall hin da genau von da kamen wir ja da gehen wir einfach mal hier runter ja mit der leiter ist auch noch ziemlich kompliziert so endlich wenn wir hier sehr viel weiter gehen tut sie aber auch nicht sitzen wir jetzt hier fest oder was also oder sie noch irgendwas versteckt ach oder wir haben jetzt wieder muni was ja eigentlich ganz gut ist nehmen wir uns einmal das hier mit und rollen ist darunter ach und das andere zum aufgleich mal explodiert hat das was geholfen ich hoffe doch gab es hier noch irgendwo was zum weg sprengen ja da ok kommt nur her ich gehe mal hier in deckung ok hat sich nichts gebracht nee es bringt sich auch gar nichts hier ich weiß nicht wo wir hin müssen ich bin jetzt komplett ratlos ratlos was ist das nichts ja da wach darf und da kommen wir ja ne oder es viel lösung vielleicht da draußen bei den helis ich speicher nochmal also ich werde ich gleich wieder neu laden ich möchte nur mal kurz können ob es hier weiter geht so wie es aussieht aber anscheinend nicht schon da kamen wir ach ach oder wir müssen da einfach aber das ist schild ich bin eh gleich tot wenn noch einmal schießt ja so nochmal fürs neue laden nochmal kurz gucken ob es hier nicht irgendwie weiter gehen kann boah boah geh weg ich meine da geht es doch weiter eindeutig ne da zu dieser tür aber da steht uns das schild im weg ich werde eh gleich wieder neu laden ich werde hier nochmal kurz schauen ja schieß doch ach oder wir müssen da rein und wir müssen so ein Explosionsteil holen also so ein Explosionsfass falls es hier noch eines gibt was ich jetzt nicht mehr glaube weil wir alle geschrottet haben eigentlich aber dafür das müssten die entwickler ja eigentlich bedacht haben dass wenn jemand so wie ich kein Explosionsfass mehr findet ach ja ich sag dazu jetzt einfach mal gar nichts ja gut haben wir es dann doch geschafft einfach mal so ok dann mache ich hier gleich mal quicksave wieder und weiter geht's nach dem datenladen laden deckung geben achja ich wollte ja eigentlich neu laden ne naja egal 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 wir haben hier noch ein bisschen gesundheit auf einmal so still hier ok situation ist wir hocken mal wieder fest aber ich glaube nicht mehr lange so ach hallo ja 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 so viel ja 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 die einfach umfliegen und ballern naja ja 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 bitte okay wo denn da wo ist in der nachschub gar nicht na sagt doch ja na gut weg safe und weiter ja ja danke da sind wieder solche teile glaubt ihr ich mache die tür auf bevor ich euch erledigt habe so weg safe und weiter okay und heilung die wir jetzt gerade eben ganz schön nötig hatten okay gut dann bevor wir jetzt hier wieder durchgehen quick safe und weiter ich höre die teile doch schon wieder ich hoffe es war es erstmal mit diesen teilen kann man hier zufällig ja kann man okay gut da unten scheint weiter zu gehen deswegen nochmal quick safe und weiter gehen okay okay neue waffe okay das ist ja schon mal ganz gut wir haben eine neue waffe bekommen mit der man nicht ziehen kann aber na gut so soll es sein das freut mich jetzt dann machen wir mal ein quick safe quick safe so das ist ja schon mal ganz gut das ist ja schon mal ganz gut kann man hier durch nö da nein kann man das aufhalten kann man das kaputt machen wohl nicht nö das sieht mir wieder ganz danach aus als ob es ein riesel wäre okay aber zuerst werde ich diesen part wieder beenden denn wir sind jetzt schon über der zeit das heißt bis zum nächsten part also bis morgen tschüss bis zur nächsten folge so muss man sagen bei part naja mag ich nicht so es sind folgen okay dann bis zur nächsten folge also tschüss